Hans, der Papa. Sakhaevs Sohn. Commander der Ultranationalisten im Kampf. Auch faule Äpfel fallen nicht weit vom Stamm. Der Loyalist-Kamera weiß, wo sich der Junge aufhält. Und der Kleine weiß, wie wir Sakhaev finden. Die Sünden unserer Väter. Ist das nicht scheiße? Toll, jetzt haben... Bloß weil die Quatsch haben wir die Totalkausen-Konzept gebracht worden. Die Sünden unserer Väter. Tag 5. Sieht raus aus. Das könnte klappen. Vulture 1,6. Wir sind in Position. Bravo 6, Vulture 1,6 hier. Störsender aktiv. Angriffs-Erlaubnis auf die Wachstation erteilt. Ende. Hm. Hallo? So. Lettern Sie auf den Müllcontainer und machen Sie sich behalten, die Wachen im Turm auf ein Zeichen auszuschalten. Wer ist, folgen wir. So. Hallo? Darf ich? Aus, aus, aus! Feuer! 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 Ja, und den Rest machen die eigentlich alleine. Das größte Teil. Feuer! 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 Die im Haus kriegen Sie meistens nicht! Oh, den.... Ja. ich muss sagen selber schuld wenn man den fahnen kreuz eines sniper einred pgh los komm hoch headshot mit der pistole headshot das hätte möglich sein könnte mich wart bist du doch alles klar sehen wir uns mal um sieht die feindlichen klamotten an und löscht die feuer ich brauche ihre männer am boden falls die fahrer anfangen fragen zu stellen beschäftigen sie sie bis wir sakajews sohn gefunden haben wir haben nicht viel zeit also los also los auf geht's zwei stunden später punkt 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 dass du hier oben bist du siehst so gar nicht aus wie ein russe kriege sechs weiß ich ja ok da kommt auch also 12 zwei transporte ein transporte und zwei bnt ich habe das ziel im dritten wagen im visier ich laufe gerade daran vorbei verstanden alle teams bereisen das ziel ist im jeep vor dem dmd wir müssen ihn lieben kriegen also vorsicht beim feuer auf 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 ich muss ja darauf achten dass ich mich in den falschen abschieße Wir haben Gesellschaften, feindliche Verstärkung im Süden. Na, 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 nein, lass mich runter, Leute, ah, okay, scheiße, ah, cool, gilt noch. Los, Soak mit dir, bock mit dir, er steht doch vor dir, schiess in die Beine, los jetzt. Oh, Soak, du hast zu nix gebraucht, ey. Das habe ich nur wegen dir hinterher. Soak, nehmen Sie sich Griggs und verfolgen Sie den Kerl, wir kümmern uns um die Pfadliche Verstärkung. Kein Problem. Ich würde mir jetzt gerne den Beinschießen, aber da auch ich gar nicht. Ja, der hier, Blackhawk, hätte ruhig mal mit seiner Minigun hier durchziehen können. Ja, aber lebend, Mensch, man kann doch dem Typen ein Bein schießen, dass er nicht so schnell vorwärts kommt. Oh, Granate. So geht der. Oh. Ach nee, jetzt ist wieder noch nicht. Das Ziel bewegt sich wieder. Über die Seitenstraße links können Sie ihn vielleicht abfangen. Ja, doch. Hier sind aber noch so viele... Ehe, wir bleiben hier und halt euch diese Bastarde vom Leib. Verstanden! So, dort Sie schlafen nach links! Köter, lass mich in Ruhe. Zahlreiche Feinde auf der anderen Seite, die sitzen bei uns. Echt? Zahlreiche Gegner? Scheinbar nicht. Na? Wow, das war knapp. Jetzt muss ich mich kurz regenerieren erstmal. Das war mir ein bisschen zu knapp. Hier oben sitzen wir auch noch wieder oben. Hier oben sitzen wir auch noch wieder oben. Meta, das wird mir langsam ein bisschen zu knapp immer. Hä? Ach, da war's. So, auf jeden Fall, weiter geht's. Erstmal ist geräumt. Echt? Natürlich. Jetzt zieht das scheiß Gewehr so doll nach oben. Komm oben raus, sonst kann ich nicht weitergehen. Ich brauch trotzdem Muni. Okay. Na toll. Guter Schuss. Einer ist hinter der ungeschippten Müllfanne. Die Beeilung und die Beeilung, das Ihnen kommt. Weitere ist sicher. Oh, 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 oh. Alter, ich hab diesmal so'n Glück, ey. Das ist einfach nur geil. Na, doch nicht. Ich hätt noch mal warten sollen. Ähm. Zahlreiche Feinde auf der anderen Seite, die sitzen bei uns. Hat der Penner noch nicht mal gespeichert, denn? Das ist mein Alarm. Feindliche Einheit, erstes Stock rechts. Ich seh' dich. Gott, weiter geht's. Gut, gemerkt, gar Musik. Aktivität auf den Dächern. Verstanden. Guter Schuss. Oh, oh. Nein, 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 nein. Nicht bei mir in der Nähe. Explodier war anders. Einer ist hinter der ungeschippten Mülltanne. Feind bei der Mülltanne. Ja, ich seh' ihn. Das wär' natürlich jetzt peinlich gewesen, wenn ich den nicht getroffen hätte. Ja, die Beeilung verbündete auf der linken Seite. Jetzt hat er das Spiel... Warum hat er jetzt eben das Spiel erst gespeichert? Hat die Sau vorher noch gelebt, oder? Oh, oh. Riggs, mach dat. Ja. Wir verlieren ihn. Los, los. Wir fliegen hier gar nicht. Seid mal ruhig. Ja, alter. Feinde nähern sich über den Parkplatz in fünfstöckigen Gebäude. Falsche 1,6. Wir stehen unter Beschuss durch eine befestigte Position in vierten Staten. Oh, oh. Noch einen, Leute. Noch einen nach links. Scheiße. Warum explodiert der Scheiße jetzt, Mann? Hoffentlich Spiegel speichert. Ich hätte ja... Wow. Oh, da oben. ... 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 Lass mich in Ruhe. Hau bloß ab, ne. Das geht halt in die Mitte. Lautsinn. Das haben wir noch nicht mal getroffen, ne. So, jetzt. Hier, großkalibrig. Hallo? Hallo? Ja, er kann nur um die Ecke schießen. Ja, Warlager. Eindeutig. Rund durch im Mittel. Was? Hier, Panate. Hallo? Gehen wir zu Hause? Deswegen wegen so stark, so schnell gestorben. Pan hat einen Pumpkanern an der Hand gehabt. Schrobenkirche. Hallo? Oh, Panate. Hallo? Noch mehr? Ja. Gut. Scheint, man muss rein. Dann so viel. 436. Warum haben die Russen ein deutsches Gewehr? Ziel links von dir. Eine Etage höher. Da ist dein Treppenhaus in der nördlichen Ecke. Toll. Ach, dat soll noch als Treppenhaus... ...die sich tiefer ins Gebäude zurück. Moment, ich hab diese Typen. Gelten. Alter, mach den doch to... Ach so, ich bin tot. Alter, den hätte er doch schön töten können, die Idioten, ey. Weg da. Geh es. Weg, 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 weg. Weg, zieht sich tiefer ins Gebäude zurück. Moment, ich hab diese Typen. Schon klar. Dauert da ja ganz schön lange mit dir. Ich bin tot. Ich bin tot. Okay, alle Ziele ausgescheuert, jetzt kannst du weitergehen. Toll, und einen davon hab ich ausgeschaltet. Brain. Super Brain. Boah, sagt doch, was das ihr Freunde seid. Ich hätte euch eiskalt jetzt über den Haufen geschaffen. Weg da. Joho. Das muss auch Slow-Mo rutschen. Der Kleine hat ein paar Probleme. Baseblade, hier Bravo 6. Saar, ihr Sohn ist tot. Scheint große Probleme zu haben, aber richtig. Ach, scheiße. Sein Sohn war unsere einzige Spur, Sir. Vergiss es. Ich kenne den Mann, er wird das nicht unbeantworten lassen. Verschwinden. Jetzt findet der halt uns. Und nicht wir ihn. Umso besser. Wir kommen wieder zu uns. Ha. Unsere sogenannten Anführer haben uns an den Westen verkauft. Unsere Kultur zerstört. Unsere Wirtschaft. Unsere Ehre. Unser Blut wurde auf unserem Boden vergossen. Mein Blut. An ihren Händen. Sie sind die Eindringlinge. Alle amerikanischen und britischen Streitkräfte werden Russland sofort verlassen. Oder die Konsequenzen spüren. Ziemlich einfach. Entweder wir nehmen die Einrichtung ein oder die Welt von morgen ist eine andere. Freigabe für Halo. Charly Team los. Zweiter Absprung. Bravo Team bereit machen. Los. Sars und Gricks. Bei mir neu formieren. 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 Vielen Dank.